Servus. Servus. Was ist das? Hör auf, bitte. Ist das ein Fail? Du sollst das lassen, habe ich gesagt. Taug dir das nicht? Ja, ich finde es geil. Na, alles dann. Und, hast du das vergessen, oder? Was? Das Grapplaternderl. Ach, so ein Scheiß. Ja, Mama, merkst du das? Er ändert sich nicht. Er bleibt der Trottow, der er ist. Kass du bitte auf. Ich bin vor der Tür gestanden. Ein Schussl. Irgendwas habe ich vergessen. Ich habe es gewusst. So ein Scheißdreck. Mama, glaub ich kein Wort. Weiß das eh besser. Opa, du auch nicht. Wie geht's dem Papa? Na ja, der Stamm fällt nicht weit vom faulen Apfel. Was? Nö. Ein bisschen verwirrt. Lass die Schlüssel im Kühlschrank. Geh zweimal das selber einkaufen. Finde nicht mehr so wirklich nach Hause. Der Mr. Perfect verliert die Kontrolle. Na servus. Gut, dass du dich um ihn kümmerst. Du, die Doris fängt wieder zum Arbeiten an. Wir gehen nach Bregenz. Was? Und wer kümmert sich um den Papa? Was? Und wer kümmert sich um den Papa? Sehr was. Papa, Mama. Sein Schaß.